Hallo, schönen guten Tag. Wir sind Louni, eine Firma aus Frankreich und unser Produkt ist der Geschichtenerzähler. Das ist für Kinder gedacht zwischen drei und zehn Jahren. Das macht man hier einmal so an, da kann man auch die Lautstärke mitregeln. Also da kann sich, beziehungsweise das Kind, das Gehälter der Geschichte aussuchen. Also hier haben wir einmal Emil oder, und hier einmal drehen, Susanne. Und dann kann sich das Kind den Ort der Geschichte aussuchen. In einem Schloss, am Meer, im Wald, so weiter. Danach kann sich das Kind einen Freund aussuchen, also eine Nebenfigur. Ob jetzt mit dem Wolf oder mit der Hexe, da gibt es mehrere Auswahlen. Und danach hat man eine Geschichte. Hört man das? Und je nachdem man ein Element ändert, hat man eine total andere Geschichte. In jedem Geschichtenerzähler habt ihr 48 Geschichten. Man kann auch mehr Geschichten runterladen auf den Louni-Store. In Deutschland sind wir ab Mitte Oktober bei Chibo erhältlich. Und ihr könnt auch auf der Website ordern. Und wir死ben, wir gehen, wir liegen. D KIXI Mai